Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Podcast Hunter Call of the Wild. Wir sind auf der Fährte der Wisente. Da haben wir aber letztes Mal aufgehört, wir wollten ja letztes Mal an Wisente jagen gehen. Haben dann Rehe und Wildschwein gefunden und im Anschluss daran eben diese Fährten, die wir gerade verfolgen. Und ich hoffe, dass die uns früher oder später zu Wisenten führen werden. Auch wenn sie halt schon ein bisschen älter sind. Trotzdem glaube ich, dass wir damit eventuell gute Karten haben heute. In Wisent zu Gesicht bekommen. Und den dann auch zu erlegen natürlich. Das ist ja die Grundvoraussetzung, wenn wir den zu Gesicht bekommen, dass wir den auch erlegen sollten. Aber erstmal müssen wir sie überhaupt in Anblick bekommen. Und die traben halt die ganze Zeit. Die Frage ist halt, wo sie hin wollen. Kann auch sein, dass sie zu diesem See hier wollen. Das ist dann schon sehr weit. Manchmal sind sie auch an der Ecke hier. Aber halt irgendwo im Wald. Aber wir werden es früher oder später sehen. Da ist auch ein Männchen dabei. Da könnte es sogar der Männchen sein, den wir ganz am Anfang in der letzten Folge getrackt haben. Da war nämlich auch ein Männchen dabei. Beziehungsweise war der eigentlich alleine und hat sich dann... Ich weiß nicht, ob er sich den hier angeschlossen hat oder ob der einfach nur daneben herlief. Aber hören tun wir erstmal nur ein Reh. Ich würde mal sagen, wir lassen das Reh mal Reh sein. Denn ich würde schon gerne Richtung... Richtung Wiesent aufbrechen. Na. Na also. Da ist es doch. Das Erste. Da würde ich sagen, fackeln wir auch gar nicht lange. Und schießen es. Die Straße hat es also wieder gebracht. War aber, glaube ich, ein anderes als das, was wir verfolgt haben hier. Beziehungsweise keins aus der... Aus der Gruppe. Aber da ist tatsächlich... Eins. Das Erste. Wir sind gefunden. So kann es gehen. Die Straße hat also mal wieder den Erfolg gebracht. Denn die ist auch immer ganz gut hier auf jeden Fall. Um ein paar Wiesente zu sehen. Und auch heute war es genau so. Da unten sind wir auch noch eine Fährte. Wahrscheinlich auch von einem... Wiesent. Ich spotte mal eben so ein bisschen da schon mal... In den Wald und um die Kurve da rum. Vielleicht sind noch welche beigestanden, die ich nicht gesehen habe. Aber sieht im Moment... Nicht so aus. Das war zumindest schon mal das Erste. Das ist schon mal gut. Da ist schon mal ein sehr guter Start. So kann die Wiesentjagd beginnen. Ob wir da noch mehr finden? Das bleibt abzuwarten. Ich hoffe aber, dass es dem so sein wird. Aber you never know. Wo ist das denn eigentlich hin? Ist das da unten das Ding? Oh, das ist ein Fuchs. Habe ich erst mit den Zweigen getroffen, ne? Weiß ich warum der erste Schuss daneben gibt, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe den ersten ehrlich gesagt besser gelingen als den Zweiten. Aber der Zweite hat auf jeden Fall gesessen. Der war drauf. Damit haben wir dann noch dem Fuchs das Fell über die Ohren gezogen. Und auch den erlegt. Das ist auch schon mal gut. Zumindest ein zweites Tier. Habe gedacht, den nehmen wir mal mit, bevor wir hier ein Wiesentjagd mehr finden. Dann wenigstens den Fuchs noch schnell schießen. Auch wenn wir dafür natürlich wieder keine passende Waffe dabei haben. Aber das soll uns ja nie weiter stören. Wir sammeln jetzt erstmal hier unser erlegtes Tierchen ein. Und gehen dann weiter zum Fuchs. Ich habe da eben in den Wald schon mal rein. Da sehe ich aber nichts weiter. Dann haben wir hier das schön doppelt Lunge. Goldwertung sogar 203. Schönes Wiesentjagd. Also, was wir da haben, das nehmen wir mit. Und ich bin dann unsere Aufmerksamkeit dem Fuchs, der hier irgendwo liegen müsste. Ich darf einfach meinen Hund suchen. Ich habe jetzt keine Lust hier den Anschluss zu suchen. Ich glaube, da vorne ist aber der Anschluss. Und der Fuchs müsste dann weiter oben liegen. Ist auf jeden Fall verändert. Habe ich gerade nachgeguckt. Insofern wird er den schon finden. Der wird irgendwo da vorne auf den Kieselstein. Da liegt er doch. Also. Okay. Fuchs also auch. Da gehen wir mal eben hin. Hier auf dem Hagen wird eh nichts mehr sein. Weil ab und zu mal Rothiersche sind in der Ecke hier. Auf diesem bergigen Gebiet hier ab und zu Rothiersche zu finden. Mhm. Also. Umgegnen wir aber auch. Auch fast schon drunter gesetzt, ne? Da haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass der noch im Bein irgendwo drin war und wir das noch getroffen haben. Und natürlich wieder der Regen am Start. Herrlich. Herrlichter. Kommt doch direkt wieder hier Jamaika-Feeling auf. Jamaika in Hirschfelden. Man kennt's. Ja? Man kennt's. Wenn jetzt hier noch so eine Hanfplantage wäre. Ja, würde ich mich auch sehen. Schön so eine Hanfplantage. Da würde ich aber die Rasterlocken rausholen, ne? Würde ich mir die Haare wachsen lassen. Weiter geht's. Ähm. Wir gucken mal, wo wir hier noch ein paar Visente auftreiben können. Damit wir die dann hier finden. Wir werden die einfach mal hier Richtung Westen orientieren. Oder Nordosten besser gesagt. Wir haben vielfältige gehabt, die in die Richtung unterwegs waren, ne? Jetzt andere Richtung macht keinen Sinn. Auch wenn wir da wahrscheinlich lange Zeit nichts finden werden. Weil da kein Wasser und so ist bis zu dem See da hinten. Aber ich glaube auch nicht, dass es besser wäre, wenn wir nach Norden laufen. Auch da ist lange Zeit gar nichts. Und vielleicht haben wir Glück, dass wir hier was finden. Hier sind wir auch schon wieder ein paar Rot hier schon im Waldgebiet. Und vielleicht finden wir auch die einfach. Während wir die Gänse über uns gelangt, die hören. Die sind schon dabei müssen. Doch eigentlich fast irgendwann die Visenpferden kreuzen wieder, oder nicht? Wenn ich mich so ein bisschen weiter nördlich halte, würde ich fast behaupten, dass wir, wenn sie nicht abgedreht sind, wir wieder irgendwann auf die Pferden stoßen werden. Ich glaube auch nicht, dass sie so weit östlich noch gelaufen sind. Die werden bis zum See gelaufen sein und dann wahrscheinlich nicht allzu viel weiter. Weil dahinter beginnt das Feldareal. Und ich habe, glaube ich, auch diesem Feldareal. Ich glaube, ich habe da noch nie Visenpferd gesehen, um ehrlich zu sein. Ich glaube nicht, dass sie so weit ziehen. Da vorne sehen wir doch schon die Pferden wieder. Und da liegen sie auch. Da liegen sie nämlich auch, die Visenpferd. Da ist noch das Ruhrgebiet. Dahinter im Busch liegt auch noch ein. Erstmal schon mal männlich da auf jeden Fall. Okay, dann schießen wir den und schießen noch einen zweiten daraus, würde ich sagen. Weil die liegen da gerade ganz gut. Ich weiß nur mal, ob wir irgendwo noch einen guten Spotten können. Aber ich glaube, der dahinter ist ganz okay. Der da liegt, der den hier im Visier habe. Aber den kann ich nicht. Nicht tracken. Aber da ist es doch. Das ist ein Visiergebiet. Dann werden wir uns mal versuchen. Unser Glück. Ich ziehe noch eins. Das sollten wir auch erwischt haben. Ich weiß nicht, ob wir den ersten hier, den wir nochmal beschossen haben. Oh, zwei, drei Mal. Ob der... Nicht sogar der war, den wir zuerst beschossen haben. Und der war auf mich zulief zum Angriff. Da bin ich mir nicht sicher. Aber wir haben sie gefunden. Die Visente. So schnell kann es gehen. Da liegen sie nämlich auf einmal vor dir. So, und das hier ist der... Ja, das war der erste männliche, der sich gedacht hat. Jo. Da bin ich doch dabei. Da müsste irgendwo noch hier der weibliche liegen. Da unten. Und dann haben wir noch den... Anderen männlichen. Das war wahrscheinlich der, den ich spotten wollte. Den ich nicht echt spotten konnte. Ähm. Der da hinten weggezogen ist. Den wir auch nochmal einem... Mitgegeben haben. Das war also schon mal ganz gut. So. Hier sehen wir das andere. Gerade beim Aufstehen. Ebenfalls noch doppelter Lungentreffer. Diese 300 ist schon... Ist schon gut, ne? Diese 300 ist schon echt... Guter Rückschlag. Auch gerade so zum... Zum Büffeljagen. Ich weiß noch vorher. Ich meine Nitro Express ist eigentlich auch schon ganz geil. Aber... Da ist der angekündigte Rothirsch. Ähm. Ich finde die 300 einfach besser, weil die einfach so eine schnelle Schussfolge hat. Ich meine, klar Nitro. Wenn die... Fülle dich angreifen. Und dann erst halt... Den doppel Laufen. Natürlich. Ist natürlich auch eine geile Waffe. Aber... Die 300. Auch gerade für Long Range halten. Einfach weil du einen Scope hast. Ist die einfach... Auf die... Großwildtiere hier... Deutlich besser. Deutlich. Deutlich. Besser. So. Wir krollen einfach mal den... Rot-Tierschlag schon mal... Vorne und irgendwo hinterm ist doch ein... Noch ein Wiesent. Versuchen wir gerade hier auf den Hügel zu kommen. Rot-Tierschlag ist er doch schon. Da ist er doch schon. Dann... Gehe ich mal eben hier hoch. Dann sollte man nämlich auch eine ganz gute Schutposition haben. Ist das eh kein ganz großer. Aber... Erlegen werden wir den trotzdem. So. Da vorne ist unser Wiesent. Das sacken wir dann auch ein. War hier wieder wie am Fließband, ne? Von einem Tier zum nächsten. So lobe ich mir das. Oh. Erst mal in den Himmel gucken. Ähm. Die Wiesenten werden sich jetzt wahrscheinlich hier noch aufhalten im Elke sein, weil die hier ihr Bedürfnisgebiet haben. Ich glaube nicht, dass sie allzu weit weglaufen. Hier sehen wir auf jeden Fall 162er-Werdung. Ein... Bronze. Wiesent. Nehmen wir mit. Und dann gehen wir zu unserem Rot-Hirsch, den wir auf jeden Fall auch getroffen haben. Und da unten... Ah, da hinten sind die Wiesenten. Jetzt schon Warnruf? Ob die mich... da schon... wahrnehmen? Ah, da hinten ist es. So ein Weibling ist ja ein Männliches gehört, oder? Also getroffen haben wir uns auf jeden Fall. Bitte auch verenden. Wir gucken uns aber erst mal um den Rot-Hirsch, der jetzt hier in der anderen Richtung liegt. Und das Wiesent schnappen wir uns danach. Das sollte ja ein China-Spiel werden. So. Schon mal hier den... Anschluss auf jeden Fall markieren. Warte. Ey. So. Da nämlich. Und hier müssen wir mal unseren Hund eben drauf ansetzen. Aber der ist, glaube ich, auch nicht alles weggelaufen. Ich glaube, der muss irgendwo hier gestanden haben. Davon liegt er doch, ne? Was ich noch schon. Er liegt dort auf der Wiese. Auf dem Präsentierteller. Schon fast. Den hätte ich auch ohne Hund jetzt gefunden. Aber... Ist ja egal. Kann der Hund sich austoben. Und kann da hinlaufen. Ich weiß gar nicht, was der mittlerweile für ein Level hat, um mich zu sein. Weiß ich. Fütter den auch nie. Deshalb levelt der eh nicht. Aber 22, ja. Okay. Und die Gänsen sind schon über mir anscheinend. Sehen nur die... Kappen auf dem Boden. Und da ist unser Rot-Hirsch, den wir jetzt zwischenbei erlegt haben. Ich hab ein Bell diesmal gar nicht, ne? Diesmal ist er aber zurückhaltend. Ansonsten ist er am Kläffen wie so ein ganz großer. Diesmal hält er sich aber zurück. Da will ich jetzt wahrscheinlich anfangen, wenn er das Ding gefunden hat, ne? Ja. Klar. Aber wir sind ja schon am Start. Nehmen wir mit. Und gehen dann in die andere Richtung. Drehen wieder um. 300 Meter zu den Wiesenten. Ich werde ein bisschen langsamer laufen. Ich werde nicht da hinrennen. Weil ich glaube, dass die anderen vielleicht noch da sind. Dadurch, dass sie halt ihr Bedürfnisgebiet da haben. Und viel weiter östlich werden sie wahrscheinlich nicht gehen. Höchstens bis zum See vielleicht. Die werden wahrscheinlich so ein bisschen da in der Region noch aufhalten. Dementsprechend glaube ich, dass wir vielleicht mit ein bisschen Glück noch ein Wiesenten da schießen können. Wenn wir da jetzt nicht reinrennen wie Rambo. Dann natürlich nicht, weil dann sehen wir es nicht rechtzeitig. Dann sind wir zu spät. So, 400, äh, 400 war ich schon. 240 Meter. Let's have a look. Von den ersten Warnrufe kommen. Aber ich bin bereit, erneut abzudrücken. Insofern können die sich gerne nochmal zeigen, wenn sie denn wollen. So, jetzt muss ich mal eben hier schauen. So, dass der Hund da raschelt. Und da unten haben wir gerade eins erlegt. Eine gute offene Sicht hier, ne? Eigentlich eine ganz gute offene Sicht. Da liegt ja die sind, wo wir Licht haben. Die anderen sehe ich aber gerade nicht. Dann sind die wahrscheinlich doch ein bisschen weiter weggezogen. Oder stecken sie sich irgendwo, wo ich sie... Da sind sie doch. Ja, ziehen sie doch lang. Das ist ein männlicher dahinter. Ungödige Ziel. Hund! Da war der Hund im Weg. Aber zum Glück noch den zweiten Schuss, glaube ich, draufbekommen. Ich weiß ja nicht, ob ich mich getroffen habe. Ne, der sah so... Wenig gezeichnet aus, aber... Haben wir aber, okay. Und sehen, wir wollen mich auch schon mal setzen. Wir gehen jetzt erstmal hier zu dem... Wiesent Nummer 1. Erstmal zu Wiesent Nummer 1. Das liegt nämlich da vorne. Und dann gehen wir da den Hang hoch. Diese Wiesent, wenn die fliehen, die fliehen halt nicht weit, ne? Man kann da schon relativ viel auf einmal schießen. Die bleiben halt meist so relativ lokal in dem Gebiet. Wenn man halt hier so ein offenes Gebiet hat, wo nicht so viele Büsche im Weg sind, dann kann man da auf jeden Fall einige von rausschießen. Ja, 130 Meter bis zum nächsten. Bin mal gespannt. Das sah mir erstmal echt nicht so gut aus, weil er auch keine Gesundheit verloren hat und nix. Aber... Scheint dann doch relativ schnell verändert zu sein. Also der Schuss war wohl doch schon in der Lunge. So wie es sein soll, damit er nicht hier die elendlange Fluchtschrecken hinlegt. Und da können wir sogar auf der Kuppe da oben gucken, ob wir auf der Wiese dahinter, ich glaube, da sieht relativ frei aus, ob wir da noch mehr sehen. Das könnten wir, glaube ich, machen. Und sollten wir da ebenfalls ein paar Wiesent erblicken können, im besten Fall, und vielleicht noch mal eins schießen. Aber ich glaube, die Männlichen haben wir bald alle raus, oder? Da braucht man immer wieder ein neues auf. Aber ich glaube, sobald... Langsam müssen wir wahrscheinlich alle haben. Ich setze erstmal hier meinen Hund ein. Guck mal, wo der mich hinführt beim Anschuss. Ah, da vorne ist der Anschuss, oder? Ja. Soll auf jeden Fall dann einen guten Lungentreffer aus. Und dementsprechend sollte der auch nicht allzu weit geflohen sein. Hund, bin gleich da. Warten sie auf mich. Natürlich, dass er hier weiter links Ruhe ist, ehrlich gesagt. Aber der Hund sagt, der ist da vorne. Wir vertrauen euch dem Hund. Ich hätte den auf jeden Fall woanders gesucht. Aber... Weiter geht's. Leider ist da unten aber ein Wald. Ne, das macht uns das bisschen dann... Oh, da vorne liegt aber. Ähm, stellt die Sicht dann hier doch nicht so gut, wie ich mir das erhofft habe. Dass wir vielleicht noch ein anderes finden. Aber wir wollen ja auch nicht gierig werden. Wir wollen ja auch nicht gierig werden. Da links ist eine Wiese. Ähm, sehe ich aber leider nichts. Ne, da sind sie nicht hergezogen. Hier unten in den Nadelwald rein. Aber jetzt noch mal ein Wiesent-Männliches in die Lunge. Und damit haben wir noch eine erfolgreiche Wiesent-Jagd-Bennel, würde ich sagen. Oder ich weiß nicht, wie viel wir geschossen haben insgesamt. Aber auf jeden Fall war das sehr gut, sehr erfolgreich. Und, äh, alles ist aufgegangen, was wir geplant hatten. Geil. Das soll's gewesen sein. Ich bedanke mich für die, äh, fürs Zusehen. Wenn's euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.